Sie hatten bereits eine Diagnose, entweder für Vorhofflimmern oder einem Herzinfarkt. Sie fühlen sich eigentlich fit und Ihr Arzt hat Sie medikamentös perfekt eingestellt. Aber es bleibt eine gewisse Restunsicherheit. Was können Sie alles machen? Mit Cardi Secur können Sie regelmäßige Herzchecks durchführen. Egal wo, immer und überall, auch auf Reisen oder auch wenn Sie gar keine Internetverbindung haben. Sie bekommen immer ein personalisiertes Feedback auf Ihr Herz. Cardi Secur ist ein 15-Kanal-EKG. Das bedeutet, es kann komplexe Herzrhythmusstörungen und lebensbedrohliche Durchblutungsstörungen erkennen.